Ich riech euch! Augenrad aus! Die Augen links! Ja, der Kapitänleutnant, die Staffel steht zur Einweisung. Kapitänleutnant Neubauer. Tag, mein Herr! Tag, Kapitänleutnant! Augenrad aus! Mit euch! Ja, mein Herr, der letzte Flugdienst ist uns nicht vergönnt, im Gleichgewicht werden wir besiegen, wir nicht. Das zeigt mir immer die Qualifikation, sogar ein Verfolgungssystem ist ins Graben. Also, wir haben jetzt nichts zu weinen. Inwieweit das Rollen durchgeführt wird, kann ich nicht sagen. Wir stellen auf jeden Fall erstmal die Maschinen so, dass wir hier jetzt mal rein lassen, beziehungsweise da verwalten können. Die Entscheidung wird durchgeführt, wenn man manchmal auch bereit aufhalten. Das heißt, wir machen folgende Aufstellordnung. Dann Platz 1 zu hier. Und dann muss man gleich in der Box mit der Vorzeit. Bei 7, 725, 741, 734, 727 als Letzte. Da kann ich ja dort seinen Standplatz ausbrechen. Dann züge ich die Maschinen lang vor. Angeblich soll das Bataillon ein paar Schleppmittel mehr mitbekommen. Ich stüre ihn das Zell vor. Und das dann zwölf über die Gäste hier, wirklich, da habe ich noch Partaus mit Bier und was es alles geben soll, einnehmen können. Im Anschluss, wenn die Maschinen dann wieder hier hinten sind, klicken wir alle hier hinten ein. Und dann wird die Abschied gefeiert. Und jetzt alle abklopfen und nicht dabei oder sonst was. Und dann kriegst du die Nummer. Ich oufe Trieft wieder. Look at how it is here… Friends, Cullin للدم. Nach vorne? Geil, Alter. Du hast ja eine geile Kugel. Du hast doch einen Lüge dringend. Das ist doch ein Kugel. Achso. Das gibt es mir, Alter. Du hast einen Kugel. Ich habe einen Kugel. Ich habe einen Kugel. Danke schön, schön zu sehen. Schöne die Schöne und die Schöne. Vielen Dank. Applaus Das Filme hast du schon voll gemacht. Das sieht gut aus. Mach du los Mensch! Ja! Anahe! Ja! Anahe sie hier! Anahe! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.